Willkommen zurück bei einem Let's Play von Terranigma. Wir waren jetzt einmal hier und zwar in Lyodo. Da werden wir jetzt einmal mit ihm hier sprechen. Nun, der Chef sollte gehen. Der Nixenturm erschien im Osten des Meeres und mit ihm die Monster. Viele sind verschwunden, wir konnten nicht mehr zur See fahren. Alles begeistert, Turm erschien. Du Fremde, du willst uns helfen? Wenn du die Monster besiegst, schenke ich dir ein Schiff. Na, willst du es tun? Ja, ich tue es, ihr Feiglinge. Überlass die Angelegenheit nur mehr. Ehrlich, du tust es fantastisch. Wenn du bereit bist, dann geh an Bord. Wir werden dich zum Turm bringen. Bin ich doch gerade. Fertig, los geht's. Ich bin ganz heiß drauf. Wir zählen auf dich und drücken dir die Daumen. Oh mein Gott, der Nixen. Ups. Was ist das nur für ein Ort? Es ist der Ort, der Nixen. Den, den Männern nicht widerstehen können. Na gut, gehen wir runter. So, tschak, tschak. Keine Chance haben die. Und tschüss. Tschüss, Mann. Will ich jetzt anders machen. Spass. So, ach du blöder Fisch. What the fuck ist das? Eine Blubberblase. Oh, was ist das für einer? Oh, ein Boss. Achso, das macht Schaden. Ich dachte, das brauche ich vielleicht. Achso, die sind nur zu Ziele da. Und tot. Als die Aua das Todes den Nixenturm wieder freigab, setzte das Flüstern der Nixen wieder ein. Schöne ist nicht so, wie ich etwas falsch da irgendeine bin. Eine Nappe mysterie Ohne Nixen. Habt Dank, es gibt noch viel zu tun. Menschen sind auf See so hilflos. Wahrscheinlich wissen sie nicht einmal, dass wir ihnen helfen. Einst war auch ich ein Mensch. Ich wollte meinen Verlobten in Liberde besuchen. Doch dann kam ein Sturm auf und das Schiff versank in den Fluten. Als ich erwachte, war ich eine Nixe. Tust du mir dir einen Gefallen, bitte bring diesen Ring zu Servas bei den Quades Lakes. Sage ihm, dass wir bald wieder zusammen sein werden. So, jetzt haben wir es endlich geschafft und haben den Ring geholt. Was hat die zu berichten? Denn alles Leben fahren seinen Ursprung im Meer. Vielleicht sind Nixen ja die Urform des heutigen Lebens. Der Turm ist das Leuchtfeier der Seelen, Leute. An diesem Ort sammeln sich alle gestrandeten Schiffe. Auch das Seelen der Verstorbenen findet hier ihr neues Heim. Eine Truhe, die Nixern-Lanze. Oh yeah. Wir sind die Wächter der Meere. Wir sichern das Geleit der Menschenschiffe. Am südlichen Ende der Welt ruht der sechste Kontinent. Im ewigen Reis dort ist der Schatz der Nixen verborgen. Als Dank soll dieser Schatz nun dein sein. Ab Dank, du hast uns zurückgewandt. Nimm dies als Zeichen unserer Dankes. Du kannst uns damit rufen. Wir werden dich dann mit Magie vor Gefahren schützen. Wer hält den Wasser zauber? Dank deiner Hilfe ist das Meer wieder sicher. Ein Seemann hält sein für das Sprechen. Dieses Schiff gehört dir zum Ablegen. Musst du nach unten drücken. Fahr ein Haarfahn, um anzulegen. Oh geil, ein Schiff. Oh yeah, ein Schiff. Oh my fucking God. Wir haben ein Schiff. Oh yeah, wir haben ein Schiff. Oh la 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 la. Ist das geil? Zum Ablegen musst du nach unten drücken. Fahr ein Hafen an, um anzulegen. So. So, wie fahr ich das? Ah, geht doch. Irgendwo ist der Schatz des Meeres. Wir werden ihn finden. Dann holen wir den Schatz. Oh. Und da oben ist er schon. So. Nie hätte ich gedacht, dass es am Südbrüsen so düstere Orte gibt. Seltsam. Das sind Grabsteine. Und das hier am Ende der Welt? Wo ist der Schatz? Wo ist der? Wo ist der Schatz? Wo ist der? Was ist das? Sieht aus wie ein Altar. Irgendwas muss da doch sein. Ich spüre es. Was hat das auf sich? Ich tue Retter. Naja, ich kenne mich da gerade nicht was. Aber gehen wir mal da hin. Was ist hier? Die Nixen haben geredet von einem Schatz. Und den will ich jetzt haben. Und zwar sofort. Wo ist der Schatz? Wo ist der? Wo? Wo ist mein Schatz? Ich will mein Schatz. Was ist jetzt? Ich verarsche. Na da ist der Schatz. Oh, Vitaldrank. Oh, Nixenmantel. Da haben wir unseren Schatz. Und da rüsten wir natürlich den Nixen dem gleich an. Ui, das ist sogar ein richtig harter Rocken. Yeah. So, dann haben wir mal den Schatz gefunden. Und jetzt machen wir mal wieder die Story weiter. Das ist so cool. Das ist so cool. Kuukuuuul dann muss ich aber noch hier enttla la la la-la denn hier ist auch noch was padapadapam Ein Kristall, das war alles, das glaube ich irgendwie nicht, muss doch noch irgendwas sein. Echt jetzt nur ein Kristall, das ist bitter. Das ist bitter. Und was haben wir hier noch so geholen? Uh, Polynes. Mein Freund, du kamst hierher, um dich zu erholen, stimmt? Du wirst dich hier sehr wohl fühlen und nichts wird dich schweren. Uff, uff! Die tropische Sonne ist heiß. Möchtest du übernachten? Ja, vielleicht einfach ich es. Was? Angenehme Träume, schlaft nicht zu lange. Arg wurde geröstet, dein Macho-Wert steigt. Ich finde nicht krass, dass wir jetzt ein Schiff haben. Ich finde es mega geil. Und jetzt gehen wir noch dahin, denn mich interessiert verbrennend, was hier in der Ruine ist. Oh yeah! Doch, was haben die hier schon einmal? Astarika! Der Kerl scheint leer gewesen zu sein. Der Kerl scheint leer gewesen zu sein. Was verbirgt sich hier? Der Kerl scheint leer gewesen zu sein. Ah, ja, ja. Interessant. Vielleicht müssen wir noch irgendwas machen. Und dann ab zu den Amazonas. Dann darüber. Und darüber. Und darüber. Und darüber. Und schack. Wir müssen wieder rauf. Wie? Wie habe ich das gemacht? Es ist ein Magiker. Ein Magiker. Ein Magiker. Ein Magiker. Aber ich würde nur sagen, wir werden jetzt hier mal eine Pause machen. Das war euer Goethe. Tschüss.